Willkommen bei McDonalds, ihr Bestellung bitte? Hallo, mochte essen Pilemeni? Sowas haben wir nicht. Was das heißt sowas? Das sind Pilemeni. Wie auch immer, wir haben das nicht. Dann ich möchte Wareniki. Wir sind bei McDonalds. Ich weiß, in deutscher Land kunde konnig. Mach mir Wareniki. Sehen Sie die Millionkarte? Ja. Suchen Sie sich was aus. Geht nicht. Borsch? Nein. Gallupzi? Nein. Mante? Nein. Möchten Sie vielleicht was zu trinken? Ja, 100 Gramm. Wir haben kein Alkohol. Du weißt was 100 Gramm ist und hast keine Pilemeni? Nein. Scheißeladen. Nix essen, vernünftiges Dach.